So, kann ich eigentlich irgendein tolles... Ich kann mir ne coole Maske kaufen, komm. Ach, das gibt's ja auch jetzt. Ja. Nee, ich möchte meine nicht mal haben. Wieso? Die heißt Kübel des Drachenreiters und genau so sieht das Ding auch aus. Ich find's auch gut, wie schön man das tatsächlich sehen kann, jetzt meine neue Ausrüstung. Wow. Meine neue Maske nicht auch super. Ich find die geil. Die ist wunderhübsch, also ich... Ja, find ich schon. Oh mein Mensch, das hat sich ja richtig gelohnt. Oh wow. Peace. Zitat, Drenke von dir sind schlecht. Ja, ich wollte dann auch mal wieder einen haben. Dämonen-Schelm. Oh. Der Beholder wieder. Hm. Hm. Ach, der Gargoyle ist das. Ich verstehe. Soll ich schon mal aufmachen? Okay. So, jo. Ah, da sind übrigens mehrere Beholder. Ja, ich erledige die mal. Ja, das wär ganz geil. Scheine mehr Bomber zu sein, so wie die sich verhalten hier. Okay. Wieso haben wir den ersten noch nicht kaputt? Weil ich mich um die fucking Beholder gekümmert hab. G-g-g-g-g-g-g-g. Weißt Bescheid. Ich merk, wie du dich drum gekümmert hast. Ah, oh Gott. Halb. Ich treff gar nichts mehr, wow. Solltest du einfach lassen. Ja. Au. Hilf mir. Die tun, die tun weh. Ich fahre mal ein paar Schritte nach unten. Hilfe. Die Krone ist weg. Du warst zu langsam. Hallo, ich hab da oben. Weißt du, ich mach hier wenigstens sinnvolles Zeug. Und du. Ah, please. Wir haben beide übrigens ordentlich aufs Maul gekommen, möchte ich mal sagen. Ja. Uh, hi. Uh, hi. Uh, hi. Ich versuch dir das linke aufzuheben da. Schau mal. Stell dir jetzt mal vor, ich hätte jetzt so einen Drang. Da ist deine Krone. Jetzt ist es zufrieden, dann töte bitte was. Ich versuch's ja. Gut. Ist ja nur dran ein bisschen viel los. Ach, kaum. Oh mein. Warte. Alter. Das ist jetzt langsam alles ein bisschen lächerlich, möchte ich mal sagen. Wenn ich was sehen würde. Oh Gott. So. Die Holder down. Alter, schau dir diesen Scheiß hier an. Wo bin ich? Ich hab mal so ein bisschen aufgeräumt. Kriegen wir irgendwie das linke kaputt? Ja, ich hoffe. So. Danke. Meine Fresse, ey. Alles, alles, alles cool. Oh mein Gott. Das rechte hat nicht mal Schaden genommen. Wie, von was denn? Ich meine, die ganze Zeit nur am Ausweichen. So. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Es ist nur noch klein unterwegs. So. Ich hab's in der Zeit mal geschafft. Ei, 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 ei. Ich brauch dringend Essen. Dann geht du dir unten das... Gleich. Gleich. Ich muss ja eh mit runter. Nice. Oh, ich schau mal, dass ich nur den Trank nehme. Jupp. Das heißt, wir haben da oben ein Notfallessen liegen. Das ist gut. Du beschützt mich? Du beschützt mich. Sehr schön. Oh boy. Okay. Ich hab genau das Essen getroffen. Wow. Wirklich? Ich hab ganz exakt das Essen. Komm, dann schieß auf alle. Schieß auf alle. Okay. Tob dich aus. Ich kann nicht. Mit einer Bombe? Ja, mit einer Bombe bestimmt. Ah, doch. Wenn ich direkt davor stehe, geht's. Schau mal. Super. Du bist der Durste. Das Snipe. Brauch auch einen gewissen Skill. Das ist ein ziemlich kleines Ziel, möchte ich mal anmerken. Ähm. Hör auf, ich schieße eine Bombe rein. Nein, da liegen zwei Tränke. Ja, ich schieße die Bombe da vorne rein. Da, alles cool. Siehst du? Die hat richtig viel gebracht. Hat immer in die Kleidung gehauen. Hilfe. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Autsch. Jetzt will ich mal ausweichen. Müssen wir noch üben. Geh halt auch mal auf die sinnvollen Gegner. Dann wird das doch alles klappen. Moment. Ach, der spawnt nochmal. Okay. Oh. 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 Oh, Beholda. Oh, Magier. Oh, Beholda. Oh, Magier. Ja. Damn Snipes. Hast du das gesehen, hä? Echt kurbel schon mal. Diese No-Scopes, Mann. Das ist halt echt unspektakulär mit dir. Wieso? Ist ja so, dass ich jeden Gegner one-hitten kann. Schön wäre es natürlich. Das ist richtig unspektakulär. Dazu habe ich nicht viel zu sagen, außer Humpa. Da, bitte. Danke. Ich finde es aber auch echt unspektakulär, dass diese Wände dann immer wirklich einen Meter neben den Explosionsfels anstehen. Ja, es ist halt... Das ist auch ein Gauntlet. Gauntlet. Wow. Oh, das sind aber einige. Ja, ich habe mal was gespawnt. Du bist der Hammer. Geh mal noch nicht mit dem Tor... Mit dem Schlüssel. Komm mal hoch. Da ist schon gerade hoch. Da ist einer. Beholda. Boom. 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 Oh, da ist noch. Sehr gut, ne? Äh. Nee. So. Sehr gut. Na, der lebt ja noch. Gut. Warum auch nicht? Einfach mal platt machen, den Kollegen. Drehen. Drehen. Ach, mein schönes Grönchen. Könntest du weiter drehen, oder? Nein, irgendwie. So. Ja, nicht so. Irgendwie hat das anders geklappt als gerade. Gerade konnte ich dann nebenher schon mal nach vorne laufen. Joa, es kann doch noch ein bisschen mehr kommen. Das eine ist kaputt. Ich versuche uns ein bisschen die Dicken vom Leib zu halten. Allerdings funktioniert das gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Zwei kaputt. Alles easy. So. Piu. Bam. Weg die Snipe. T-Snipes are real. Fight me one-on-one, scrub. Okay. Du hast da oben irgendwas in die Luft gehört. Du hast das hier ruiniert. Wir können ja nochmal zurückgehen in diesen Fass holen. Okay. Joa. Da ist bestimmt Food. I want tea food. Der Ranger weiß ganz genau, was da drin ist. Was ist denn da drin? Humpa? Humpa. Humpa und Shah ist da drin. Was denn du? Ich weiß nur mal, wo die standen. Da hinten. Da haben wir es aufgesprengt. Stand da auch in Spawn? Ja. Ach. Puh. 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 Ich kann das auch. Was? Natürlich. Wirst du mal. Dachtest du, ich könnte, wäre als Krieger der Einzige, der Sachen hochheben kann? Ja. Bleib mal kurz stehen. Kann man das hier aufsprengen? Das sieht halt aus wie so eine Tür. Nee. Weißt du, warum ich das weiß, dass man das nicht aufsprengen kann? Warum? Du Held. Äh. Durch die Auflösung, bei der das bei mir gerade läuft. Und dadurch, dass das Spiel so gut programmiert ist, flackern bei mir die Wände blau. Okay. Die haben so ein ganz leichtes Flackern, weil sich da irgendwelche Polygone überlagern oder sowas. Und die hier flackert nicht. Von daher kann man die, denke ich, nicht aufsprengen. Das ist gerade Spannung pur für mich. Das ist unglaublich hier gerade. Ich kann mich kaum halten. Ich fall gleich vom Stuhl. Oh, bitte nicht. Das zieht mir quasi gerade die Socken aus. Wow, Treppen komme ich damit nicht so hoch. Ja, das flackert jetzt bei mir zum Beispiel überall. Da weiß ich also, da können wir sprengen. Die, 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 ding. Uh, nimm. Was? Nein, da kann man nochmal sprengen. Wirklich? Noch ein Fass. Jetzt sehe ich es auch, das Flackern. Ja. Bei mir war es ein weißes... Wieso laufen wir denn jetzt nochmal zurück? Weil wir das sprengen müssen. Warum müssen wir das sprengen? Weil... Humpa. Oh, Mann. Ja, mein Baba hat halt Probleme mit Treppen. Ist schon schwierig, so eine Treppe hochzulaufen. Ja, irgendwie geht es gar nicht. Ist schrecklich. Boop. Ach ja. Und sonst so. Super. Also, ich muss sagen... Gauntlet... Backtracking. Ich müsste es eigentlich voll in dich reinrennen. Nein. Das wäre voll dumm. Nein. Müssen wir nochmal backtracken. Ja, müssten wir. Hey. So, schauen wir doch mal. Schauen wir mal. Was haben wir denn da drinnen? Spreng es mal auf. Oh, Gott. Da ging es halt echt nochmal... Ein Schlüssel? Da hinten geht es noch weiter, oder? Nee, da ist Ende. Okay. Ein einzelner Schlüssel? Wenn der sich jetzt gleich nicht lohnt, ne? Wow. Serious. Warte mal. Warte mal. Vorher noch. Ja, hier kann man aber springen. Ja, aber... Hier ist auch Stuff. Ja. Aber vielleicht ist das hier auch nur optional Stuff. Nein, da geht es weiter. Das sieht man doof. Das... Wo sieht man das? Das weiß man halt. Ich hasse dich. Ich trau dem Elfen. Warte, warte. Jetzt... Ich sehe es auch schon kommen, dass du... Ernsthaft. Really? Ernsthaft. Ah. Und hier wäre es... Ernsthaft. Wow. Serious? Ah. Gut. Hat sich ja gelohnt. Warum feuert der noch Feuerbälle, obwohl er tot ist? Weiß nicht. Warum hinterfrage ich eigentlich noch Sachen, die nicht richtig funktionieren im Online-Modus? Gottlitz. So. Siehste? Wer hatte wieder recht gehabt? Wir hätten doch auch von hier unten dann da reinlaufen können. Mit deinem Schlüssel. Ja. Und? Das war meine Aussage nicht weniger richtig. Alter. Da kann ich jetzt nicht gegen argumentieren. Das stimmt. Wow. Humpa. Oh, Humpa. Oh, Geld, Geld. Ich kümmere mich um die Beholder, soweit es geht. Ja, ich kümmere mich ums Geld. Ich habe die Beholder mal erledigt. Au. Nein, meine Krone. Ich weiß übrigens, dass die Krone denen so nichts bringt. Natürlich. Nein. Ist dir nicht aufgefallen bisher? Was? Die Krone gibt dir am Ende einen Prozentwert auf deine Punkte. Ja. Ja, aber wenn du nichts hast, dann... Übrigens habe ich hier gerade zwei Dinge aus. Sind das drei? Vier? Drei? Drei. Wenn du nichts hast, sagt er. Ich habe immer Punkte. Nein. Niemals. Der heilt es. Danke. Nicht mehr. Au. So. Humpa. Humpa. Humpa? Humpa. Humpa? Humpa. 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 Ich glaube, jetzt da... Das sieht mir nach Ausgang aus. Ja. Humpa. So. Tadaa. 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 Das war nichts. Was denn? Ne, ich dachte gerade, da flackert es. Alter. Alter, nee. Du hast ein bisschen wegtrecken müssen. Ja, ein bisschen. Ein, zwei Schritte. Das Stück da. Das wievielte Stockwerk war das jetzt eigentlich? Das erste? Mh... Jo. Jo. Mh... Umpa. Umpa, Umpa. Ja, wie hol da. Ah, schon wieder. Es gibt aber auch ein Gimmick so pro Welt, kann das sein? Ja. Und das müssen die dann immer wieder ausgraben. Natürlich. Ach, Gauntlet. Oh, mehr Beholder. Ja, mach mal. Ich, ich laufe. Können die sich gegenseitig töten? Au, ach, ich bin explodiert. Oh, boy. Ja. Oh. Okay. Ich bin fast tot. Hier ist dein Krönchen. Ich hoffe, hier gibt's irgendwo irgendwas zu essen. Da ist dein Krönchen. Auf der linken Seite. Ah. Okay, raus. Das heftig ist halt auch, wie viel du dich heilst. Einfach, weil du keine HP hast. Ja. Ah, 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 ah. Was? Mich nervt das gerade echt. Wo kommen die denn jetzt her? Die spawnen halt zwischendurch noch. Mich nervt das halt, dass ich einfach nichts machen kann, weil die alle jetzt auf Fernkampf gehen, die Gegner. Ja. Ja, alle nett. Ja, aber alle wichtigen. Die Beholder, ja. Okay. Ach. Da, explodiert einfach. So. Wumpa. Piu. Piu. Ah. So, ich lass dich das einfach alles hier so. Nee, ich mach dir hier unten. So. Ram, bam, bam, bam. Schön auch, wie der da oben dich jetzt versucht hat anzuvisionen. Die ganze Zeit gegen die Wand gefeuert hat. Sehr praktisch. Die explodieren gleich. Oh, mein Herr. Nein. 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 Er ist tot. Er ist tot. Keine Angst. So. Die böse Kugel ist weg. Uff. Wow. Ja. Alter. Ich hab halt auch das Gefühl, dass deine Rolle irgendwie ein bisschen zu gut ist. Kann das sein? Die ist echt verdammt gut. Das Problem ist, dass man am Ende der Rolle so eine kleine Phase hat, wo man gar nichts machen kann. Ja, aber stell dir mal vor, die hätte sie jetzt auch nicht. Ja, eben. Das ist halt. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Für so Fallen und sowas ist es echt geil. Aber um an Gegnergruppen vorbeizukommen, ist es echt schwierig. Wenn man so viel schneller gehauen werden kann. Das Feuer hat grad mein Essen kaputt gemacht. Du willst... Alter, jetzt ernsthaft? Das andere auch? Ja. Ja. Hahaha. Dieses Gimmick ist doch Grütze. Super. Sagt da mein Ranger nur dazu. Je. Meine Fresse. Na jetzt. Da haben sie es aber echt gemeint jetzt. Oh mein Gott. Schitteroni. Go. Jei. Okay. Der explodiert. Nur nicht ganz, weil er viel zu viel aushält. Jetzt. Nein, nicht. Nicht. Ja, danke. Das ist schlimmer als dieser blöde Geist. Ey. Okay. Da ist ne Kuh in Drang, wenn du einen willst. Ja, ich nehme einen. Ja, ich habe halt fünf, deswegen. Ja, ich sehe schon. Haben wir alle? Ne, da liegt ein paar. Oh mein Gott. Na. Das ist grad echt nicht mehr witzig. Na. Okay. Ich habe dir ein Essen oben, wenn die Kugel nicht schneller ist. Ja. Ja. So. Ich habe mal was zu tun. So schön. Ich habe halt nichts zu tun hier. Ah doch. Ich darf kurbeln. Yes. Ah. So schön. Äh, was? Die grüne Lava sah da grad auch nicht so gesund aus. Grüne Lava? Oder das war ein Lichteffekt oder so. Aber die Lava hier oben war grad grün. Okay. Die da. Die sah grad bei mir grün aus. Na dann. Das habe ich mir bestimmt nicht eingebildet. Kurbel mal elf. Los jetzt. Alles muss man hier alleine machen, ne? Ja. Schon wieder Exit? Na bitte. Das ging doch. Ja. Also es scheint so zu sein, dass die Stages, die die Gimmicks ziemlich ausgiebig benutzen, relativ kurz sind. Na was heißt ausgiebig? Es gibt ja nur die Stages, die die Gimmicks benutzen und die, die sie nicht benutzen. Ja. Bullshit. Na dann. Das ist halt jetzt echt immer ein ganz schönes System da für fünf Tränke zu haben. Das ist durchaus wahr, ja. Oh, jetzt kommt da auch Lava rausgeschossen. Schön. Oh mein Gott. So langsam. Hör auf, das ist zu heil. Das heilt das nicht. Das macht die unverwundbar. Ach so. Ich konnte dem Ding keinen Schaden mehr machen. Ich versteh. Habs gleich. So. Au. Nein, nicht jetzt Feuer. Nicht jetzt Feuer. Danke. Ah. Ich mach die hier oben. Okay. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oh boy. Was denn? Na, ich... Hat grad eben wieder das Problem mit der Rolle gehabt. Okay. Du bist jetzt mal die Ablenkung. Danke. Kein Problem. Ich bin schon Meister im Kiten. Ich glaub ich hab grad den Beholder irgendwie so im Vorbeigehen erwischt. Na bitte. We did it. Yes. Was? Das ging doch. Das war's jetzt? Wirklich? Oh. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Geh mal ein Stück runter. Ja, jetzt. Gerne. So. Dann nimmt das wenigstens auch noch mit. Aber da war keine Krone. Ich? Nee. Oder die ist irgendwo liegen geblieben und dann ist keine neue gespawnt. Das kann auch sein. Passiert ja auch gerne mal. Ja. Sehr schön. Ja, Mensch. Ja.